Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benno und heute möchte ich mit dir über das Design von Worker Placement Spielen sprechen. Welche Elemente Worker Placement Spiele haben, wie diese Elemente untereinander in Beziehung stehen und was du beim Design von diesen Spielen beachten musst. Ich werde auch auf Probleme eingehen, die beim Design entstehen können und wie du diese Probleme beheben kannst. Wenn dir das Video gefällt, dann würde ich mich über ein Like von dir freuen und wenn du auch in Zukunft nichts verpassen möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal. Jetzt aber genug Vorgeplänkel, schauen wir gleich mal rein. Hier habe ich mal ein Whiteboard vorbereitet, um dir einen Überblick darüber zu geben, was Worker Placement denn so alles beinhaltet. Da haben wir zum einen natürlich die Worker Placement, also die Arbeiter, die Arten der Arbeiter, die Eigenschaften der Arbeiter. Dann haben wir die Orte, wo die Arbeiter platziert werden mit den Eigenschaften und die Aktionen, die ausgelöst werden, wenn diese Arbeiter platziert bzw. von ihren Orten weggenommen werden. Als Beispiele möchte ich dir empfehlen, wenn es dich näher interessiert, dir auf jeden Fall die Spiele Viticulture anzuschauen. Dann ein Klassiker, Go. Dann haben wir Raiders of the North Sea, also die Räuber der Nordsee. Und auch ein sehr schönes Spiel ist das Artemis Project. Fangen wir aber an mit den Arten. Was für Arbeiter gibt es? Es gibt die ganz klassischen Arbeiter. Die ganz klassischen Arbeiter sind die Miepel, die kurz nach den kleinen Würfeln, den sogenannten Cubes, ins Leben gerufen wurden. Das sind die beiden ursprünglichen Arbeiter, die es gab und die gibt es auch heute in den meisten Spielen noch. Darüber hinaus können aber auch Würfel-Arbeiter sein, wie bei dem Spiel Euphoria zum Beispiel oder auch dem Artemis Project. Es gibt gerade auf Kickstarter-Spielen sehr, sehr viele Miniaturen, die oft auch nur die Funktion eines ganz normalen Arbeiters haben, aber sich natürlich besser verkaufen. Aber auch Karten können Arbeiter sein. Da gibt es, wie Arbeiter dargestellt werden, eigentlich keine großartigen Begrenzungen. Ein Worker-Placement-Spiel wäre kein Worker-Placement-Spiel, wenn wir nicht auch Places hätten, also Orte. Und Orte sind auch auf einem, in der Regel auf einem Spielbrett befindliche physische Stellen, wo diese Arbeiter platziert werden. Und die meisten Orte haben Beschränkungen. Diese Beschränkungen der Orte dienen dazu, um mehr Interaktion zwischen den Spielern herzustellen und um das Spiel generell nicht ganz so einfach zu machen. Eine Restriktion ist häufig, dass sich nur eine bestimmte Anzahl an Spielern auf einem Ort befinden darf. Da haben wir bei dem Spiel Stone Age zum Beispiel sehr viele Orte, wo nur ein Spieler hin darf. Aber es gibt auch einen Ort, wo mehrere Spieler hin dürfen. Diese Orte heißen dann offene Orte. Das sind die Jagdgründe, wo so viele Spieler sich hinstellen dürfen, wie sie wollen. Aber auch die Spielreihenfolge spielt bei Orten häufig eine große Rolle. So ist es bei dem Spiel Viticulture so, dass der erste Spieler, der seinen Arbeiter auf ein bestimmtes Feld stellt, einen Bonus bekommt. Bei anderen Spielen ist es so, dass der zweite Arbeiter, der platziert wird, den ersten zum Beispiel rausschmeißt von diesem Ort. Oder bei dem Spiel Artemis Project ist es so, bei der Ressourcengewinnung, dass die Zahl, die Augenzahl des Würfels eine große Rolle spielt, wo ein Arbeiter platziert wird und die Reihenfolge dementsprechend auch. Natürlich sind die Orte und die Arbeiter an sich noch kein Spiel. Dafür gibt es die Regeln. Die Regeln stehen über einem drüber und sie verbinden quasi die Arbeiter mit diesen Orten und schaffen Bedeutung. Die Regeln beschreiben die Eigenschaften der Orte, sie beschreiben die Eigenschaften der Arbeiter und auch die Aktionen. Kommen wir also gleich mal zu den Eigenschaften. Bei vielen Spielen in der Vergangenheit war es so, dass die Eigenschaften der Arbeiter alle gleich waren. Das heißt, jeder Arbeiter hatte dieselben Eigenschaften wie der Arbeiter neben ihm, wie der Arbeiter von den anderen Spielern. Das hat sich aber geändert. Heutzutage ist es fast schon ein Muss, möchte ich nicht sagen, aber es kommt sehr häufig vor, dass Arbeiter unterschiedliche Fähigkeiten haben und auch unterschiedlich aussehen. Also im Artemis Project gibt es einige Arbeiter, ich glaube vier oder sogar fünf Stück, lassen wir es mal vier sein, die alle eine unterschiedliche Farbe haben, die alle unterschiedlich eingesetzt werden können und Fähigkeiten haben und Aktionen auslösen. Außerdem beinhalten manche Spiele auch die Möglichkeit, einen Arbeiter zu entwickeln, unter anderem wie auch im Artemis Project. Da kann ein Arbeiter über eine Aktion weiterentwickelt werden, in einen anderen Arbeiter dann mit anderen Eigenschaften. Im Spiel muss man sich immer überlegen, wie viele Arbeiter möchte ich den Spielern an die Hand geben und da komme ich auch später noch dazu, auf dem zweiten Whiteboard, was kann man damit steuern, was für Probleme gibt es, wenn man den Spielern zu viele, zu wenige Arbeiter gibt. Aber eine wichtige Eigenschaft ist immer auch, wer besitzt einen Arbeiter oder mehrere Arbeiter. Das ist bei dem Spiel Räuber der Nordsee zum Beispiel so, dass ein Arbeiter nur so lange gehört, wie man ihn zu sich genommen hat, auf sein Board und im nächsten Zug setzt man ihn dann wieder ein und ab da führt die Aktion durch und ab da gehört er einem schon nicht mehr. In vielen anderen Spielen ist es so, dass man immer seine Arbeiter hat, von seiner Farbe und die darf ein anderer Spieler dann auch nicht benutzen. Was passiert also, wenn ein Arbeiter auf einem bestimmten Ort gesetzt wird? In der Regel wird es getan oder macht das der Spieler, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Die klassische Aktion, möchte ich es mal nennen, ist die Aktion, einen Arbeiter einzusetzen, um Ressourcen zu bekommen. Das können Waren jeder Art sein, das können Bananen, können Steine sein, alles was ihr euch vorstellen könnt. Das kann aber auch die Möglichkeit sein, einen weiteren Arbeiter zu bekommen, beziehungsweise halt anzuwerben. Mit diesen Ressourcen wird dann in der Regel irgendetwas gebaut, die werden irgendwie umgewandelt und häufig ist es so, dass auch dafür dann ein Arbeiter eingesetzt wird, zusammen mit einer Ressource, um ein Gebäude zu bauen oder um ein bestimmtes Tool zu bauen oder zu erwerben, aber auch um bestimmte Sektionen freizuschalten, also bestimmte Felder, bestimmte Aktionen und so weiter. Ja, die letzte, nicht die letzte Möglichkeit, aber eine weitere Möglichkeit, die unter anderem auch bei dem Spiel Viticulture dabei ist, ist die Möglichkeit, einen Arbeiter, bei Viticulture ist es ein spezieller Arbeiter, den einzusetzen, um die Spielereihenfolge zu bestimmen. Bei manchen Spielen ist es sehr, sehr wichtig, wer vorne liegt, gerade bei Worker-Placement-Spielen, die nicht so sehr, nicht so schnell vergeben, wo man einen bestimmten Ort unbedingt braucht, um etwas zu erreichen, dann setzt man möglicherweise den Arbeiter ein, manchmal auch mit zusätzlichen Ressourcen, um diesen, ja, diesen First-Player-Marker, also um in der nächsten Runde als erster Spieler starten zu dürfen. Wenn du ein Worker-Placement-Spiel entwickelst, dann stehst du vor einer ganzen Reihe von Design-Entscheidungen. Generell ist dabei die wichtigste Entscheidung der Mix, also welchen Mix von Mechaniken, Regeln und Arbeitern du den Spielern anbietest. Das hängt ganz entscheidend von der Zielgruppe ab, da komme ich noch drauf, aber, ja, die offensichtlichsten Entscheidungen sind natürlich, welche Farben haben die Arbeiter, welche Formen haben die Arbeiter, wie sind sie also gut voneinander zu unterscheiden und, ja, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, aber das geht auch ein bisschen so in dieses, in das Upgrade. Also, was, wie unterscheiden sich die regulären Arbeiter von den Arbeitern, die dann Upgraded wurden und sind auch gut auf dem Spielfeld erkennbar. Eine wichtige Entscheidung, die sich auch später im Designprozess dann klären kann, ist die Anzahl der Arbeiter, also wie viele, wie viele verschiedene Arbeiter gebe ich den Spielern, auch im Laufe des Spiels. Und da ist immer die Frage der Zielgruppe, also überfordere ich eventuell die Spieler meiner Zielgruppe, wenn ich ihnen zu viele Arbeiter gebe oder auch zu viele unterschiedliche Arbeiter. Die Frage, die sich direkt daran anschließt, ist, wie viele Felder will ich in meinem Spiel haben, also auf wie vielen Feldern können die Arbeiter dann eingesetzt werden. Auch das ist eine Frage der Zielgruppe. Wenn du ein Kennerspiel entwirfst, wie Feast for Odin zum Beispiel, wo es, ich habe es leider noch nicht gespielt, aber ich glaube, es gibt über 50 verschiedene Orte, wo deine Arbeiter eingesetzt werden können, dann musst du dir darüber eigentlich keine Gedanken machen. Wenn du ein Kinderspiel oder ein Familienspiel entwirfst, dann sind diese Fragen schon relativ wichtig, um hinterher bei der Zielgruppe auch mit dem Spiel Erfolg zu haben. Die nächste Frage ist die Frage, wem ein Arbeiter gehört. Da hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass hier ein großes Innovationspotenzial da ist. Bei Räubern der Nordsee zum Beispiel gehört ein Arbeiter nur vorübergehend einem Spieler und kann dann von anderen benutzt werden. Bei dem Spiel Viticulture, wie schon erwähnt, gibt es die unterschiedlichsten Arten von Besitzverhältnissen von Arbeitern. Es gibt zum Beispiel auch einen Wander, einen Wanderarbeiter bei Viticulture, der geborgt werden kann, der aber dann wieder zurückgegeben werden muss. Also diese Designentscheidung ist sehr, sehr wichtig. Sie sollte dem Spielthema auch entsprechen. Also wenn man eine Fußballmannschaft hat jetzt zum Beispiel, dann macht es nicht so viel Sinn wahrscheinlich, dass die Spieler bzw. die Arbeiter, die man hat, dann von einem Spieler zum anderen wechseln. Zusammen mit der Entscheidung, wie viele Felder es gibt, ist auch wichtig, was mit diesen Feldern passiert bzw. welche Eigenschaften diese Felder haben. Da haben wir unter anderem die Frage des Timings. Also wann wird ein Feld gelöst, wenn ein Arbeiter darauf steht? Manchmal ist es so, dass direkt oder oft ist es so, dass direkt dieses Feld, die Aktion gelöst wird. Es kann aber auch sein, dass wenn der Arbeiter zurückgenommen wird von diesem Feld, die Aktion ausgelöst wird oder in einem bestimmten Abstand, nachdem ein Arbeiter dort hingesetzt wurde oder wenn eine bestimmte Anzahl von Arbeitern auf einem Feld steht. Die Frage des Blockierens eines Feldes spielt für die Spielerinteraktion eine große Rolle. Also du musst dir überlegen, möchte ich, dass ein Spieler einen anderen Spieler auf einem Feld blockieren kann? Gibt es dafür möglicherweise irgendwelche Einschränkungen? Also oft ist es so, dass man eine Aktion durchführen muss, wenn man seinen Miepel, seinen Arbeiter dort hinstellt. Das verhindert, dass Spieler nicht einfach nur andere Spieler blockieren in ihrem Handeln, in ihrem Handeln ohne irgendetwas zu tun, sondern dass das eine reine, ja ich blockiere dich Handlung ist. Ja, blockieren, da kommen wir dann direkt auch zum Verdrängen von Arbeitern. Das ist auch eine interessante Möglichkeit für mehr Spielerinteraktion, dass ein Arbeiter, der später reinkommt auf ein Feld, einen anderen blockiert. Die Frage der Bezahlung ist natürlich immer da, also was muss ein Spieler bezahlen tun, um ein bestimmtes Feld benutzen zu dürfen? Das ist dann im Bereich der Ökonomie des Spiels, ist das relevanter, aber da kann man sich auch im Vorfeld schon mal Gedanken darum machen. Eine schöne Sache ist, wenn ein Spieler ein Feld besitzt und ein anderer Spieler dieses Feld oder dieses Gebäude benutzen will, dass er ihm dann etwas Geld gibt, also eine Münze oder sowas dafür, dass er dieses Gebäude benutzen darf. Das ist eine Möglichkeit, die oft in Spielen auch implementiert ist. Eine Entscheidung, die immer wieder Spieldesigner vor Probleme stellt, ist die Frage, wie kommen neue Arbeiter in das Spiel hinein. Die einfachste Möglichkeit, wie zum Beispiel bei Everdell, ist es so, dass die Arbeiter automatisch hineinkommen. Nach einer bestimmten Runde bekommt jeder Spieler einen neuen Arbeiter und das ist auch die beste Möglichkeit, um dieses Gewinnen von neuen Arbeitern zu balancen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass einfach bezahlt werden muss für neue Arbeiter, beziehungsweise muss dann vielleicht auch ein Arbeiter eingesetzt werden, es muss etwas bezahlt werden und dann kann ein neuer Arbeiter genommen werden. Arbeiter können aber auch als Belohnung im Spiel ausgegeben werden. Das heißt, wenn ein Spieler etwas Bestimmtes erreicht hat, investiert hat in etwas, dann bekommt er einen neuen Arbeiter. Genauso wichtig wie das Hinzugewinnen von Arbeitern ist auch, was mit den Arbeitern passiert, welche Möglichkeiten es gibt, die Arbeiter wieder aus dem Spiel zu entfernen. Auch da gibt es diese Möglichkeit, dass etwas automatisch passiert. Oder dass man, da komme ich gleich direkt zum nächsten Punkt, dass ein Arbeiter mit bestimmten Abgiebkosten verbunden ist. Das heißt, der Spieler muss für jeden Arbeiter über die Standardanzahl an Arbeitern hinaus, muss er jede Runde einen bestimmten Betrag zahlen, die Aufrechterhaltungskosten, die Abgiebkosten. Und auch so kann man das Spiel balancen, dass ein Spieler nicht zu viele Arbeiter hat. Denn das grundlegende Problem bei zu vielen Arbeitern ist das, gerade wenn sie mit Aktionen verbunden sind, dass der Spieler, der die meisten Arbeiter hat, die meisten Aktionen hat und dadurch einen großen Vorteil im Spiel hat. Also wenn man sich das überlegt, dass man in einem Spiel zum Beispiel nur einen Arbeiter hat und einer der Spieler erlangt nun einen zweiten Arbeiter hinzu, dann hat er jede Runde doppelt so viele Aktionen zur Verfügung wie die anderen Spieler. Und das muss man im Spiel sehr gut balancen, damit nicht das Gefühl aufkommt, das ist unfair oder ich muss einen Arbeiter noch mir holen, um keinen Nachteil zu haben. Wie gesagt, die einfachste Möglichkeit dabei ist es, dass die Arbeiter in einem festen Zyklus hineinkommen und jeder Spieler an jeder Stelle oder in jedem Status, in dem er sich befindet, immer dieselbe Anzahl an Arbeiter hat oder eine Abgiebmechanik einzuführen. Das einfachste allerdings ist natürlich, dass man sagt, okay, alle Spieler haben drei Arbeiter über das gesamte Spiel und das war's. Diese ganzen Entscheidungen, die ich dir jetzt hier gezeigt habe, die haben alle direkte und teilweise auch sehr große Auswirkungen auf das Design deines Spiels, auf die Zielgruppe. Aber um das nochmal zu erwähnen, es ist extrem wichtig, dass der Mix stimmt, dass du dir das Thema ganz genau anguckst, dass du dir auch genau die Zielgruppe anguckst und dann diese ganzen Möglichkeiten der Entscheidungen heranziehst und natürlich dein Spiel testest, testest und testest.